Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier auf Serienhorizont. Heute beschäftige ich mich mit der Apple TV Plus Serie Teheran. Dies ist die dritte Apple TV Plus Serie überhaupt, die ich geschaut habe. Und als Minispoiler, das Qualitätsmerkmal bei Apple TV Plus ist schon mehr als ausdrücklich zu sehen. Also es ist schon teilweise echt beeindruckend, wie gut diese Serien sind, auch wenn es eben nicht allzu viele gibt. Aber manchmal ist eben dann Qualität wichtiger als Quantität. Siehe, jetzt mache ich die Netflix, denn da ist vor allem in letzter Zeit auf Quantität und nicht immer auf Qualität gesetzt worden. In vielerlei Hinsicht, wenn wir ehrlich sind. Und nun möchte ich mit euch über eine Serie sprechen, die, wenn man es nicht weiß, man als Homeland 2.0 einordnen könnte. Also eine Serie, die irgendwie, wenn man ganz ehrlich ist, so ein bisschen so eine Art Cary Masterson 2.0 mit sich bringt, einen Saul Berenson, aber dann eben doch ganz anders ist. Und warum spreche ich hier Homeland an? Naja, weil Homeland für mich die beste Serie aller Zeiten ist. Ich bin der größte Fanboy auf dieser auf dieser Erde und ich glaube auch, dass es nicht gerade schlecht ist, wenn man der Meinung ist, man möchte es damit vergleichen. Aber es passt einfach nicht. Auch wenn ich davon ausgegangen bin, schon sehr früh, dass diese Serie so ein bisschen wie Homeland werden könnte. Nein, sie ist komplett anders. Was nicht schlecht ist, aber was man definitiv akzeptieren sollte. Man bekommt hier eben kein Homeland in neuer Form. Weder der Production Value, noch die Schauspieler, noch das Drehbuch. Nichts ist auf dem Niveau eines Homelands der letzten Staffeln. Und dennoch muss man sagen, es gibt hier ein Niveau, was für eine erste Staffel schon sehr ordentlich erscheint. Und was mir so ein bisschen die Hoffnung mit sich gebracht hat, und deswegen gebe ich dir eben auch eine 8 von 10 und keine 7 von 10, wie eigentlich gewollt, dass aus dieser Serie noch was werden kann. Die braucht aber Zeit. Und vor allem muss sie verstehen, dass das, was sie gerade in der ersten Staffel gut macht, sie auch in den nächsten Staffeln beibehalten sollte. Denn wenn sie so werden will, die andere Serien, wenn sie auf Schauwerte, auf ähm, ja, große Spannung, auf Explosivität und so weiter ausgelegt werden möchte, dann ist sie, glaube ich, des Scheiterns letztlich, ist sie sich selbst des Scheiterns sicher. Aber, wenn sie ihre Eigenstärken weiß, also wenn gerade die Showrunner wissen, okay, wir haben nun mal nicht das, wie zum Beispiel ein Homeland, wie die Showrunner von Homeland. Aber wir haben was Eigenes. Und wir halten dort bei. Wir schmücken das Ganze nur weiter aus und wir bauen hier wirklich was auf. Dann kann das was Großes werden. Da bin ich von überzeugt. Ich möchte explizit nur wenig zu dieser Serie sagen, was den Inhalt anbelangt. Ich weiß, man könnte jetzt eigentlich tausend Sachen ansprechen und man würde auch als Zuschauer wahrscheinlich mehr verstehen. Aber es tut der Serie nicht gut, wenn man zu viel über die Serie weiß. Deswegen werde ich nur das erzählen, was ich selbst in dem Sinne, bevor ich sie geschaut habe, wusste. Und dies reicht auch aus, um der Serie eine Chance zu geben. Da bin ich von überzeugt. Nachdem ich den Inhalt dann kurz angesprochen habe, komme ich dann nochmal kurz drauf zu sprechen. Aber wenn der Inhalt, also sprich, wenn das, was ich ja in Homeland so schätze, wenn das hier nicht vorhanden ist, warum gebe ich denn trotzdem eine 8 von 10? Was hat die denn so ein bisschen eigenes? Was macht die Serie denn so anders? Vor allem, was macht sie gar nicht mal so schlecht? Und gegen Ende hin, kurz vorm Fazit, werde ich dann nochmal eine kleine Überraschung raushauen. Etwas, womit ihr wahrscheinlich nicht gerechnet haben werdet. Es sei denn, ihr hört, also ihr hört extrem gut zu und vor allem ihr hört auch zwischen den Zeilen gut zu. Denn da wird man nicht so einfach drauf kommen, wenn man es nicht weiß. Gerade wenn man die Serie nicht geschaut hat und wenn man auch sich darüber nicht informiert hat. Die Serie heißt Teheran und Teheran ist das Entscheidende. Teheran ist der Schauplatz der Handlung und Teheran ist dort, wo sich alle fast alle wichtigen Figuren aufhalten. Teheran ist die iranische Hauptstadt und Teheran ist in dem Sinne ja der eigentliche der eigentliche Ort dort, wo die iranische Führung zu Hause ist. Dort, wo das Ayatollah-Regime zu Hause ist. Teheran ist also wenn man so möchte, die Klimax des Feindeslandes des eigentlichen Feindeslandes der Israelis wenn man vom Feind spricht meint man damit Teheran dort in dem Sinne passiert aus Sicht der Israelis dort passieren die entscheidenden oder kommt es zu entscheiden wichtigen wichtigen Handlungen dort werden die Entscheidungen getroffen die nicht nur für den Iran sondern auch für Israel und darüber hinaus noch Konsequenzen wird sich bringen können. Dort ist diese Serie zu Hause und dort findet die Handlung statt. Die Serie an sich heißt explizit Teheran weil es gar nicht mal auf die Geschichte selbst angelegt ist oder ausgelegt ist sondern eher auf die Serie an sich und das werde ich dann nach dem Inhalt nach der Inhaltsbesprechung noch kurz erläutern was ich damit meine. Das wird man nicht auf Anhieb verstehen da bin ich mir sicher aber es ist definitiv etwas was eher als positiv anzusehen ist. Aber kommen wir mal weg von dem ganzen Rum und Rum kommen wir zu dem eigentlichen Plot. Teheran hat nämlich einen sehr einfachen Plot einen direkten Plot einen stringenten Plot und letztlich auch eine Inhaltsbesprechung eine Inhaltsauslegung die im Kleinen stattfindet nämlich auf Geheimdienstebene. Wir sehen hier eben in dieser Serie keine großen Auseinandersetzungen auf internationaler Ebene aber wir bleiben hier in Teheran und Umgebung. Aber nun also zum Inhalt es handelt sich um eine Mossad-Agentin diese Mossad-Agentin ist eine Hackerin und sie hat einen Auftrag sie soll nach Teheran gelangen und natürlich undercover und soll dort der Mossad-Führung aber vor allem dem israelischen Militär die Chance einräumen also sprich Zeit letztlich besorgen dass ein Erstschlag gegen die atomaren Anlagen im Iran durchgeführt werden können. Es ist ja kein Geheimnis dass Israel in dem Sinne vor der potenziellen Bedrohung einer potenziellen atomaren Bedrohung durch den Iran ja nicht Angst davor hat das vielleicht falsch gesagt aber dies auf jeden Fall mit allen Mitteln zu verhindern sucht und die Iran-Frage steht hier eben auch im Mittelpunkt der gesamten Serie und der Handlung Problem ist nur dass diese Mossad-Agentin ihre Mission die sie ja letztlich irgendwie erfüllen soll nicht erfüllen kann das Ganze geht nämlich schief und nun befindet sie sich ziemlich aufgeschmissen im Feindesland sie befindet sich in Teheran als Mossad-Agentin und ihre ja ihre Tarnung ist so gut wie aufgeflogen heißt also wenn man ganz ehrlich ist sie ist ziemlich arm dran was macht sie jetzt sie hat nur wenig Möglichkeiten erst einmal versucht sie schnell den Kontakt zu den Mossad vorgesetzten zu kappen ja damit in dem Sinne in dem sie einfach erstmal untertauchen kann dieses Untertauchen funktioniert aber auch eben immer nur dann wenn man weiß wo man untertauchen kann und dafür braucht sie andere Persönlichkeiten sie braucht andere Personen und sie braucht einmal diese Person im beruflichen Kontext und einmal im privaten Kontext sie braucht das ganz explizit um die Ruhe die Zeit und letztlich eben auch die Geduld zu haben um zu überlegen wie kann man diese Mission die ja im ersten Moment gescheitert ist doch noch irgendwie zu einem Erfolg bringen was kann man machen dass das Ganze dann doch noch irgendwie funktioniert und was gibt es hier für Alternativen um dies zu gewährleisten nimmt sie Kontakt auf zu einem iranischen Hacker den sie schon vorher kannte allerdings weiß der weder dass sie eine Mossad Agentin ist noch weiß er davon was sie plant also was die eigentliche Mission ist in gewisser Weise spielt sie also mit ihnen aber sie braucht ja nicht nur diesen beruflichen also diese berufliche Unterstützung sondern eben auch vor allem die private Unterstützung sie muss ja untertauchen sie kann ja nicht einfach irgendwo im Feindesland in der Hauptstadt des Feindes einfach gerade so locker flockig umherwandern so einfach funktioniert das nicht gerade weil ihre Tarnung eben aufgeflogen ist also nimmt sie Kontakt zu einer anderen Person auf und ab diesem Zeitpunkt fängt die Serie so richtig an ab diesem Zeitpunkt wird die Serie eigen ab diesem Zeitpunkt geht es eigentlich erst so richtig los und ab diesem Zeitpunkt wird die Serie interessant und genau aus diesem Grund werde ich ab jetzt nichts mehr zu dem eigentlichen Inhalt sagen aber wenn ich nichts zu dem Inhalt sagen möchte was kann ich denn sonst noch zu der eigentlichen Serie sagen was kann ich dazu sagen warum ich die Serie so interessant finde und vor allem warum ich den 8 von 10 gegeben habe naja wenn wir uns den Plot anschauen denken wir wir bekommen jetzt hier eine Action Serie wir bekommen eine auf Explosionen ausgelegte auf Storytwists einfach auf Spannung ausgelegte Spionageserie etwas wo man richtig Bock drauf hat was einen so richtig mitnimmt was einen so richtig Freude strahlend zurücklässt am Ende und du hast einfach das Gefühl boah du hast gehabt so eine richtig geile Action mitbekommen bekommt man das in der Serie naja das ist eine rhetorische Frage nein das bekommt man eben nicht auch wenn am Anfang es danach aussieht das habe ich ja angesprochen dass endlich in Homeland wir es eben hier mit absoluter ja einer absoluten durchdringenden Story was zu tun haben wird die Serie mit der Zeit anders dieser Spannungsbogen der am Anfang vor allem hier aufgebaut worden ist der wird in gewisser Weise gestoppt er wird abgeschwächt und er kommt ein bisschen zum Erliegen und die auf Spannung und auf Action und auch auf ähm ja so ein bisschen sogar auch auf die Figuren ausgelegte Hauptthematik wird immer weniger es geht es geht in dieser Serie ähnlich wie in den letzten Staffeln von Homeland gar nicht mal um die Figuren es geht gar nicht mal darum die Zuschauer glaube ich zu entertainen ich glaube nicht dass die Serie darauf ausgelegt ist darauf ausgelegt ist wirklich zu unterhalten die Serie soll dich nicht faszinieren sie soll dich glaube ich nicht irgendwie ja in den Bands ziehen sondern die Serie soll dich eher mitnehmen sie soll dir etwas an Gefühlen letztlich mit sich bringen sie soll dich dazu bringen etwas zu fühlen obwohl sie gar nicht möchte dass du was fühlst was total bescheuert ist was meine ich damit die Serie ist so aufgebaut dass wir eine Distanz zu den Figuren haben wir werden hier eben keine Carrie Masterson wie in Homeland gespielt von Claire Danes bekommen und wir haben auch kein Saul Baronson gespielt von Mandy Patinkin das sind keine Figuren denen du dich wirklich nahe fühlst bis auf wenige Ausnahmen und ich weiß den Namen der Figur gar nicht mal der Hauptfigur ich habe diesen vergessen er war auch nie zentral weil die Figur selbst nicht zentral ist alle hier Beteiligten sind so eine Art Figur nach Zahl Figur 1 bis Figur 5 die sind nicht entscheidend du willst gar nicht wissen wie die genau heißen wie die mit Vornamen heißen mit Nachnamen du willst auch nicht jeden Background wissen du willst nicht wissen wo ist die Person aufgewachsen was hat die erlebt und so weiter und so fort sondern einzig und allein was im Mittelpunkt steht und was wirklich wichtig ist ist die Thematik ist nämlich der Konflikt ist die militärische Auseinandersetzung von zwei Staaten was sonst auf internationaler Ebene groß ausgebaut werden kann und vor allem auch groß dargestellt werden kann findet hier nur im kleinen Rahmen statt auf Geheimdienstebene es gibt Momente da fieberst du mit aber es gibt auch Momente da schaltest du schon fast ab da denkst du mir so denkst du mir so ja ok aber das ist doch jetzt eher zweitrangig die Figuren sind nicht die Stärke der Serie die Geschichte ist nicht die Stärke der Serie sondern vielmehr die Erkenntnis dass das was hier gerade gezeigt wird auch wenn es fiktional ist so sein könnte das ist realitätsnah so genau könnte es aussehen und genau so könnten die Figuren dazu betrieben werden sich so und so zu verhalten und vor allem so und so zu denken ein Mindset egal ob es jetzt Israelis ist oder Iraner ist steht hier im Mittelpunkt es geht darum warum handeln die so warum denken die so darum geht es es geht um das warum um das wie und es geht vor allem um das Spiel um das System um dieses Zermürmende auf Mord ausgelegte auf Folter ausgelegte einfach auf Hoffnungslosigkeit ausgelegte gegeneinander ein Nullsummenspiel es gibt nur einen Gewinner und nur einen Verlierer es gibt keinen gemeinsamen Nenner es gibt nichts dass man versucht irgendwie gemeinsam ein Problem zu lösen es gibt nur Feindschaft Feindschaft in allerlei Hinsicht und diese Aussage ist so unglaublich zentral für diese Serie das ist etwas was schon fast ich möchte extra eine Kurzreview daraus machen aber es ist schon fast was in Richtung Meta-Ebene geht die Serie ist kein Schauspiel die Serie ist kein keine nichts auf Bombastisches ausgelegtes es ist nichts was dich wirklich dazu bringt Lust zu jubeln aufgrund dieser unglaublichen Schauwerte aber die Serie schafft etwas was ich der Serie eigentlich nicht also ich hatte es nicht erwartet ich habe es ihr irgendwie auch nicht zugetraut wenn ich ehrlich bin sie baut Distanz auf sie baut Distanz zum Zuschauer auf der Zuschauer wird eher zu so etwas wie einem wirklichen Zuschauer oft ist es ja so dass ein Zuschauer reingerissen wird bei Homeland gerade am Ende habe ich mich gefühlt als wäre ich gerade würde ich neben einer Claire Danes stehen neben einer Karen Masterson neben einem Saul Baronson ich wollte dabei sein in dieser Serie möchte ich nicht dabei sein weil die Figuren es auch nicht so sind dass man dabei sein möchte die Figuren bringen dich nicht dazu dass du wirklich Teil des Ganzen sein möchtest sondern es geht eher in die Richtung dass du dazu getrieben wirst dass du nicht dabei sein möchtest du möchtest nicht alles verstehen du möchtest nicht jeden jede Person jede Figur hier nachempfinden müssen du möchtest dich eher in dem Sinne auf Distanz also du möchtest dich selbst irgendwie distanziert fühlen du möchtest dich so fühlen als wärst du in dem Sinne gar nicht mal Teil des Geschehens als würden die Dinge machen die dich gar nicht interessieren du möchtest eher nur zuschauen nur unbekannt sein aber du möchtest als Zuschauer definitiv nicht Teil des Ganzen werden und das da war ich schon überzeugt nach der ersten Folge habe ich dir definitiv nicht zugetraut ich dachte dass diese Serie so weiter geht wie am Anfang dass wir hier das große Spektakel bekommen und die große auf Action ausgelegte Spionage Serie aber das ist es nicht und wenn man das weiß tut das gut das so blöd das klingt das ist die stärke der Serie dass sie im kleinen agiert dass sie klein bleibt dass sie nicht groß denkt sondern dass sie klein denkt dass sie das Zerwürfnis der einzelnen Akteure zeigt und dass sie explizit Teheran heißt und nicht Iran und nicht Mossad und nicht so wie die Hauptfigur sondern dass es einzig und allein darum geht dass das gerade in Teheran stattfindet alle Beteiligten sind Teil des Geschehens und zwar Teil des Geschehens in Teheran oder Umgebung und das ist etwas was unglaublich viel Spaß bedeutet Spaß den man ja eigentlich so gar nicht sieht Spaß den man auch gar nicht empfinden möchte es ist auch eigentlich kein Spaß es ist eher ein Spaß daran dass eine Serie mal etwas anderes ist dass eine Serie mit deinen Erwartungen vielleicht sogar gespielt hat eine Serie die dir erst einmal vermitteln möchte ja Leute hier bekommt ihr euer Homeland 2.0 hier bekommt ihr euer zweites 24 hier bekommt ihr richtige krasse Action und richtig krasse Story und richtig interessante Figuren und alles auf fast schon melodramatisch ausgelegt auf Stärke auf Konzentration auf Leidenschaft und alles was ich hier angesprochen habe wird förmlich über die Folgen rausgezogen du wirst immer weniger Teil des Ganzen und das ist etwas was ich extrem an der Serie schätze sie hätten hier einen Bombast aufbauen können sie hätten hier Action aufbauen können etwas was wirklich auf eine absolute krasse Story ausgelegt ist etwas was dich mitreißt was dich dazu bringt wieder einzuschalten aber ich glaube sie haben explizit darauf verzichtet sie wollen dich nicht begeistern sie wollen dich nicht abholen sie wollen dich nicht dazu bringen die Serie zu schauen so blöd es klingt natürlich brauchen sie die Einstaltquoten und natürlich ist die Serie auch darauf ausgelegt dass man irgendwie mitfiebert aber trotzdem wenn fieberst du mit nicht wegen den Figuren sondern wegen des Gesamten wegen des Großen Ganzen deswegen fieberst du mit weil du einen Blick bekommst in das kleine Geschehen auf Geheimdienstebene wie es eben aussehen kann wenn Mossad Agenten iranischen Agenten gegenüberstehen und wenn andere Figuren wiederum die gar nichts damit zu tun haben wollen irgendwie reingeschmissen werden zum Ende hin gibt es einen Story Twist dieser Story Twist beinhaltet zum einen dass es eine zweite Staffel geben wird aber vor allem auch weil es zur Geschichte passt wir haben hier keine Helden wir haben keine Bösewichte wir haben nicht die Guten und wir haben auch nicht die Bösen sondern wir haben eher so eine Art Anti Helden egal wo man sich gerade befindet weder der Mossad noch die iranischen Führungspersonen sind in irgendeiner Weise interessant sympathisch nahbar sondern sie sind eher so getrieben durch das was letztlich ist nämlich durch dieses Spiel durch diesen Konflikt durch diese militärische kriegerische und vor allem in den Köpfen stattfindende Auseinandersetzung zwischen diesen Staaten zwischen diesen religiösen Führungen und das ist etwas extrem Zentrales und die Überraschung des Ganzen das ist etwas was ihr wahrscheinlich jetzt schon verstanden haben werdet wenn ihr genau zugehört habt ist nämlich und jetzt kommt dass die Serie weder eine US-Serie ist noch eine europäische noch eine afrikanische eine südamerikanische eine australische oder eine asiatische es ist eine israelische serie denkt mal drüber nach und dann versteht ihr vielleicht warum ich auch wenn die serie nur eine 7 von 10 bedeutet eigentlich warum ich dir eine 8 von 10 gebe weil ich glaube dass das hier der Anfang ist und wenn man das beibehalten kann dass die stärke die aussaherkraft und letztlich auch die Bedeutung der serie erst in Zukunft so richtig präsent werden werden also dass das alles erst dann präsent sein wird wenn es alles mal etwas größer erzählt aber trotzdem eben im kleinen erzählt ist was heißt das wenn wir trotzdem nur auf geheimdienstebene zu einem Großteil bleiben wenn wir jetzt nicht die us politik die israelische politik die innenpolitik die außenpolitik und so wenn das nicht alles rein spielt sondern wenn wir einzig und allein die figuren haben die akteure haben die gerade jetzt hier im geschehen sind und nicht mehr und nicht weniger wenn sie das beibehalten wenn sie aber dafür einfach das ganze auf ein höheres niveau bringen können gerade aufgrund des drehbuchs dann glaube ich dass schaffen falls sie glauben okay die erste staffel war dann doch zu lame zu langweilig zu einfach gehalten wir wollen wieder ein bisschen mehr in Richtung us serie abdriften dann glaube ich wird das schief gehen und dann wäre ich auch enttäuscht aber ich hoffe dass die zukunft besser verlaufen wird als gerne auch in zukunft verfolgen möchte vielen dank fürs anhören das war es damit das war meine kurz review beziehungsweise bis zum horizont zu teheran wenn euch das ganze gefallen haben sollte wäre es ganz nett wenn ihr ein like oder ein abo dalassen würdet vielleicht sogar beides wenn ihr auch kommentieren würdet wäre noch schöner als drittes wenn man so will und wenn ihr das ganz als podcast naher zukommt geht es weiterhin um apple tv plus serien dieses qualitätsmerkmal was ich am anfang angesprochen habe das zieht sich durch das kann man schon so sagen und spoiler das wird auch nicht schlechter in den nächsten besprechungen macht es gut und tschüss